herzlich willkommen meine damen und herren ja heute ist so ein tag da ist nicht so viel los auf der welt wie sonst zumindest bisher und da schaut man sich natürlich auch mal andere quellen an die man sonst nicht so intensiv nutzt das soll nichts gegen diese quellen sagen aber man kann sie ja nicht alle an jeden tag intensiv nutzen ich habe zum beispiel wieder mal rein geschaut beim gelben forum da fragte gestern ein teilnehmer einen anderen ganz spezifisch und klar wie du hast ja einen guten draht nach unten und dort ist man zumeist gut informiert weißt du eigentlich wann der höllenritt beginnt oder reiten wir schon das bezog sich nicht auf politische entwicklungen und umstände sondern auf wirtschaftliche wir haben in den letzten tagen wieder deutliche börsen beben wir haben eine rezession im anmarsch wir haben den handelskrieg zwischen china und den usa oder usa und china muss man andersherum sagen weil der ja von waschenken ausgeht und es gibt zum beispiel auch im gesamten anleihe universum in deutschland bei den staatsanleihen keine positiven zinsen mehr es gibt negative zinsen durch die bank wird zum beispiel heute eine zehnjährige staatsanleihe kauft für sagen wir mal 10.000 euro der muss 60 euro dafür auf den tisch legen sozusagen als versicherungsprämie dass er den rest des geldes 9.940 auch wieder zurück bekommt obwohl auch das nach meinem befinden nicht absolut sicher ist so um solche dinge ging es bei dieser bemerkung mit dem höllenritt aber die hätte sich genauso gut auch auf politische umstände beziehen können wir haben ein großes strategisches oder geostrategisches gewitter eine umstellung der weltordnung vom amerikanischen empire mit seiner dominanz auf eine multipolare weltordnung wir haben ein staatsversagen bei uns wie nie zuvor vor allem behördenversagen das sehen wir immer wieder wenn die typischen stichworte nach straftaten bekommen polizeibekannt vorbestraft und so weiter und so fort wir haben aber neben dem verfall der inneren sicherheit auch den der äußeren sicherheit wenn man sich die lage in der bundeswehr anschaut wir haben die bekannte und hier immer wieder thematisierte sozial und ideologische spaltung und wir haben eine regierung die schaut auf gesetze wenn sie weitere gesetze macht und auf das grundgesetz nur wenn es unbedingt sein muss und nicht immer wenn sie es tun müsste ich will nicht sagen dass wir hier flächendeckendes unrecht haben aber es ist schon sehr auffallend wie willkürlich da vorgegangen wird ich habe ihnen mal einige beispiele rausgesucht beispiel 1 das gesetz zum mietendeckel in berlin ist aus vielen gründen verfassungswidrig weil es in die eigentumsrechte eingreift das haben auch die juristen des bundestages so gesehen dann haben wir ebenfalls vom wissenschaftlichen dienst des bundestages so beurteilt ein netzdurchsetzungsgesetz das trat ja zu beginn des vergangenen jahres in kraft das sehr fragwürdig ist mit blick aufs grundgesetz und auch auf das europarecht dann erinnere ich mich an ein sehr interessantes gespräch zwischen peter gauweiler heins hermann thiele dem chef von der knorpremse in münchen und hans werner sinn damals war er noch ifo-chef die haben sich unterhalten mit moderation durch das handelsblatt über die zustände in deutschland und damals gab es auch als großes thema die rechtssicherheit und die rechtslage in deutschland und das sagte gauweiler ich lese mal nur den einen satz vor wir sind in einem zustand permanenter rechtsverletzung geraten es wäre deshalb mit der überparteilichen absprache viel gewonnen bestehende gesetze konsequent zu vollziehen das sagt also einer der selber im mainstream der politik unterwegs ist der sich mit recht gut auskennt weil er jurist ist dann haben wir auch noch die bewertung vom wissenschaftlichen dienst des bundestages das war schon im september 2016 gewesen teile des bnd gesetzes sind verfassungswidrig dann viele werden sich noch erinnern das haben wir in der berliner morgen post und vielen anderen zeitungen gelesen der eugh der kippte ja unlängst die deutsche pkw maut auch hier ist also nicht auf dem boden von recht und gesetz gearbeitet worden und es sind gravierende fehler gemacht worden dann autokennzeichen abgleich in drei ländern zum teil verfassungswidrig das war im februar 2009 10 das war auch bundesverfassungsgericht das sich da geäußert hat dann das grundsteuerurteil da das bundesverfassungsgericht die geltenden regelungen jetzt sind sie ja neu gefasst und treten bald in kraft für die grundsteuer für verfassungswidrig gehalten und damit komme ich zurück zum ausgangspunkt wenn man in ein paar minuten google suche so viele beispiele findet so eklatant auch wo das an das fundament unseres rechtssystem und damit eine säule des staates geht dann fragt man sich was da eigentlich vor sich geht in dem land so und was kann man da als fazit ziehen wir haben eine aushöhlung der herrschaft des rechts und der gesetze wir haben wenn sie das so wollen ein becken treibsand in dem wir uns bewegen wo man nicht mehr weiß wo unten und oben und rechts und links ist wo man nur paddeln muss um überhaupt nicht abzusaufen und zu überleben und wir haben etwas ganz gravierendes nämlich das vertrauen in der gesellschaft bei bürgern sparern steuerzahlern das geht systematisch verloren und damit auch der kit der am ende alles zusammenhält und da kann man eigentlich schon von einer staatskrise sprechen sprechen